K wie Kirche, Laudes, das Morgengebet 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 Einen gesegneten guten Morgen, recht herzlich willkommen zum Morgengebet zur heutigen Laudes am 12. Oktober, ein Donnerstag. Herr, öffne meine Lippen, damit mein Mund dein Lob verkünde. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, so wie im Anfang so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Sonne der Gerechtigkeit Gehe auf zu unserer Zeit Brich in deiner Kirche an, dass die Welt es sehen kann Erbarme dich her Weg die tote Christenheit aus dem Schlaf der Sicherheit Mache deinen Ruhm bekannt überall im ganzen Land Erbarme dich her Schau die Zertrennung an, der kein Mensch sonst wehren kann Sammle, großer Menschenhirt, alles, was sich hat, verirrt Erbarme dich her Tu der Völker Türen auf Deines Himmels reiches Lauf Hemme keine List noch Macht Schaffe Licht in dunkler Nacht Erbarme dich her Ein Text von Christian David aus dem Jahr 1741 Beten wir gemeinsam den Psalm 99 Der Herr ist König Es zittern die Völker Er thront auf den Cherubin Es wankt die Erde Groß ist der Herr auf Zion Über alle Völker erhaben Preisen sollen sie deinen großen, majestätischen Namen Denn er ist heilig Stark ist der König Er liebt das Recht Du hast die Weltordnung fest begründet Hast Recht und Gerechtigkeit in Jakob geschaffen Rühmt den Herrn, unseren Gott Werft euch am Schemel seiner Füße nieder Denn er ist heilig Mose und Aaron sind unter seinen Priestern Samuel unter denen, die seinen Namen anrufen Sie riefen zum Herrn Und er hat sie erhört Aus der Wolkensäule sprach er zu ihnen Seine Gebote hielten sie Die Satzung, die er ihnen gab Herr, unser Gott, du hast sie erhört Du warst ihnen ein verzeihender Gott Aber du hast ihre Frevel vergolten Rühmt den Herrn, unseren Gott Werft euch nieder an seinen heiligen Berge Denn heilig ist der Herr, unser Gott Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit Amen Du, unser König, liebst die Gerechtigkeit Denn du bist heilig Lass uns deine Gebote befolgen Auf das die Völker deinen Namen preisen Hören wir die Lesung aus dem 1. Petrusbrief 4, 10-11 Dient einander als gute Verwalter der vervielfältigten Gnade Gottes Jeder mit der Gabe, die er empfangen hat Wer redet, der rede mit den Worten, die Gott ihm gibt Wer dient, der diene aus der Kraft, die Gott verleiht So wird in allem Gott verherrlicht durch Jesus Christus Wort des lebendigen Gottes Beten wir gemeinsam das Benediktus Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels Denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung geschaffen Er hat uns einen starken Retter erweckt im Hause seines Knechtes David So hat er verheißen von Alters her durch den Mund seiner heiligen Propheten Er hat uns errettet vor unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen Er hat das Erbarmen mit den Vätern an uns vollendet und an seinen heiligen Bund gedacht An den Eid, den er unserem Vater Abraham geschworen hat Er hat uns geschenkt, dass wir, aus Feindes Hand befreit Ihm furchtlos dienen in Heiligkeit und Gerechtigkeit Vor seinem Angesicht all unsere Tage Und du, Kind, wirst Prophet des Höchsten heißen Denn du wirst dem Herrn vorangehen und ihm den Weg bereiten Du wirst sein Volk mit der Erfahrung des Heils beschenken In der Vergebung der Sünden Durch die barmherzige Liebe unseres Gottes Wird uns besuchen das aufstrahlende Licht aus der Höhe Um allen zu leuchten, die in Finsternis sitzen Und im Schatten des Todes Und unsere Schritte zu lenken auf den Weg des Friedens Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit Amen Dienet dem Herrn in Heiligkeit Denn er befreit uns aus der Hand unserer Feinde Bringen wir nun unsere Fürbitten vor Gott Möge er sie erhören für den heutigen Donnerstag Jesus hat uns ermutigt zu bitten, zu suchen, anzuklopfen Darum lasst uns zu ihm rufen Öffne uns die Augen her Lass uns bittend erkennen, wie bedürftig wir sind Damit wir um das Bitten, dessen wir wirklich bedürfen Öffne uns die Augen her Lass uns suchend erkennen, was uns schon gegeben ist Damit wir finden, was der Vater in und durch uns zur Entfaltung bringen will Öffne uns die Augen her Lass uns anklopfend erkennen, wie verschlossen wir sind Damit wir uns für die anderen öffnen, die sich an uns wenden Darum bitten wir dich durch Christus unseren Herrn Amen Ein Gebet kennen wir alle Christen auf der Welt Beten wir es gemeinsam Vater unser im Himmel Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme Dein Wille geschehe Wie im Himmel so auf Erden Unser tägliches Brot gib uns heute Und vergib uns unsere Schuld Wie auch wir vergeben unserem Schuldigern Und führe uns nicht in Versuchung Sondern erlöse uns von dem Bösen Allmächtiger Gott Erleuchte die Völker, die im Schatten des Todes sitzen Mit dem Licht jener Herrlichkeit Mit der uns der Ausgang aus der Höhe heimgesucht wird Jesus Christus, unser Herr Der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht In alle Ewigkeit Amen Bitten wir zum Abschluss der Laudes nun um den Segen Gottes Möge er uns am heutigen Donnerstag behüten Der Herr segne uns Er bewahre uns vor Unheil Und führe uns zum ewigen Leben Amen Ich bedanke mich bei euch Wünsche euch einen gesegneten Donnerstag Und morgen am Freitag, dem 13. Hören wir uns wieder Ich bin Oliver Kelch Macht es gut Tschüss Gitarre und 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 G ZANG EN MUZIEK 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 Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!